Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Stenberg. Sie haben eine lange Pause gehabt und jetzt spiele ich mal wieder. Es gibt auch ein neues Stenberg zum rumspielen und zwar ist der Bremen Hauptbahnhof hier unten zu sehen. Und ja so halbe Stunde, dreiviertel Stunde war ich im Allgemeinen schon mal drin. Jetzt sind wir auf Instanz 1, habt ihr noch mal jetzt gerade gestartet. Und ja, schauen wir mal wie das hier so wird. Am Anfang war es ein bisschen verwirrend hier, wie die ganzen Sachen so zusammengesteckt sind, aber bin soweit drin, glaube ich. Also links oben haben wir Ottersberg, dann teilt sich das hier so oben auf in der Schnellfahrstrecke da unten und hier einmal ohne. Also da sind es 120 hier oben. Ne, ja 100 hier. Das da oben kommt dann hier wieder rein. Geht dann hier auf die Strecke wieder rein nach Kirchweine. Und das untere ist orange, geht hier hin. Grün hier nach Bremen Hauptbahnhof. Da haben wir den Rangierbahnhof. Kommt dann auf der Seite rein. Dann haben wir hier Burg. Unten Bremer Neustadt. Und auf der rechten Seite haben wir hier da Armandorf, Kirchwein. Blau geht... Wo geht Blau hin? Gute Frage. Ach, das Blau geht oben hin. Richtung Armandorf. Und die zwei gelben sind die gelben hier. Und die roten da sind die roten da oben. So, von Ottersberg kommt Mars. Der fährt auf die langsame Seite. Warte mal, das machen wir jetzt hier mal ein bisschen anders. Äh, du fährst über die drei nach Kirchweine. Fährst so. Der Güterzug fährt dann da oben auf die drei rein. Und da müssen wir kurz warten. Chaos hier. Vor allem den Intercity tue ich jetzt hier gerade schon verspäten. Also der Zug hier, der ist hier rausgekommen. Und dann ist der Güterzug hier weg. Ab und hoff 6. Nock nach Burg PZ. Äh, gleich 6. Nock. PZ. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spass. Und dann hoffe ich, dass es hier oben recht schnell vonstatten geht. Ah, ich hätte ihn warten lassen sollen. Oder andere Optionen, ich hätte ihn auch hier unten reinfahren lassen können. Mit Überholung und dann wieder raus. Jetzt ist es halt, wie es ist. Okay, GZ. Über Gleis 4. GZ nach Mahndorf. Äh, machen wir so, machen wir so. Erst dann hier runter. Und geht weiter nach Mahndorf. Kommt er dann hier oben. Und kann dann hier so rausfahren. So, er sitzt da oben. Junge, Gas geben. Ansonsten. Ein Bauernübergänge hier oben. Wir haben eine Oberleitungsschutzstrecke da oben. Und das war es eigentlich nicht so super speziell hier. 510.41 Uhr. Nicht ganz fünf Minuten. Und auch darüber. Gut. Er ist am rausfahren. Sehr geil. Perfekt. So, 22.12 Uhr. Der hat schon plus 13 Minuten. Generell schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Sagen wir, plus 24, plus 38. 12, 25, 16, 10. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. So, nice. Okay. Dann können wir das jetzt hier vorprogrammieren. Ja, ich glaube, der wäre jetzt ein bisschen stinkig auf mich. Und da kommt ja sowieso nichts. Das heißt, viel Spaß. So, Kirchweih kommt jetzt. Die RY. Ah, sag 4L. Der fährt langsam. Der fährt da so rauf. Ach, 4L. Mal Maschenrat Schirpenhof. Ist auch nett, nur ein Maschen. Wird einem nicht langweilig. Und ein Zug von Mandorf. Was willst du denn du machen? Erst bei 2 durch. Gütergleis. 3. Okay, 2. Gütergleis. Gizekgleise. Okay. Mandorf. Dann schicke ich dich doch mal gelb. Und noch einer von Ottersberg. Über die 1. Auf Gleis 7. Gut. Machen wir hier so. Gut. Dann schicke ich dich doch schon mal auf 7. Ja, solange es nicht stört. So. Der Kollege will auf Gleis 3. Und hier gebe ich dann auch schon mal die Ausfahrt. Mandorf. Siedle. Der Intercity ist befreit worden. Betriebsfahrt bis 39. Dann bist du ja eh gut in der Zeit. Dann kannst du da gerade weiterfahren. eingestellt. Sehr gut. Ah, wie. Okay. Annehmen. Wo ist A, wie? Wo ist das? Hä? Wo ist das Anschluss? Ach, da oben. Ah, wie. Ach, na geil. Einmal Lok umsetzen da auf der 3. Und soweit pünktlich. Okay. Wie machen wir das am dürfsten? Da so rauf. Und dann da rein. Und dann wieder so. Fährt er nach Mandorf. Okay. A, sagt 3L. Ja, Kollege. Du musst noch kurz warten. Bis der Intercity weg ist. So. 5. Nordburg. PZ. Stell ich dir auch schon mal ein. PZ. Ja. Mandorf. Der nächste Zug. UGZ. Abbahnhof. Gleis 44. 44. Okay. Du fährst dann auch da oben rein. Und von da geht es dann weiter nach 44. Ja, ich glaube jetzt zur vollen Stunde dann hin. Könnte stressig werden. 60 913 ist auch am auftauchen. 60. 60 9. SR hier. Durchfuhret dann bei 4. BHA. Wo ist BHA? BHA. A, wie? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das der Anschluss? BHA nach Versackergruppe. Wo ist denn das? Gibt es doch nicht. Abzweifung liegt bei oben, ist es nicht. Gibt es auch nicht. Ich sehe den Zug nicht. Ach, da oben. Okay. Noch 8 Süd. Ach, und da unten ist die Versackergruppe. Okay. 8 Süd. Ähm. Ja, direkt so. Okay. Du hast dann halt die Ausfahrt nach da. Sonst dann vergessen. So, der will dann oben gleich mal rangieren. Und dann haben wir soweit erstmal alles. Und du kommst heute bereit zum Umsetzen. Ja, das ist schön für dich. Ich muss noch warten. OGZ. Güterzug. Nach Mahmendorf über Gleis. Vier. Okay. Das Vier. GZ. Noch Mahmendorf. Erstmal bis dahin und nicht weiter. So. Wir machen jetzt Express-Rangieren. Okay. Perfekto. 6, 9, 2, 2, 2, 3. Schauen wir mal. 6, 9, 2, 2, 3. 44 Durchfahrt nach GZ. Gut. 3, 3, 3, 54 Abfahrt. Gut. Muss ich mich noch nicht sofort rumkümmern. 8, 3, 3, 1, 3, 5, 4, du... Ja. 8, 4, 3, 5, 3, 3. Bei dir mal vorzeitiger Abfahrt. Kirchwein. kommt jetzt was wo willst du hin ob ich h m2 es ist da lang ja pz und dann auch später auf gleis 9 mit klar würde ich sagen nehmen wir hier gut wir müssen hier stellen arrangieren jetzt burg pz 5 süd kommen rein und süd jetzt kommt dann vom mandorf wo ist der hin der was noch gut das ja gut das ist ein guter zug trotzdem ungern sag mal jetzt fährt er los unten kann ich heute auch nicht schicken theoretisch unten blau wobei da kann man noch den zug hier der muss auch noch man doch so ich mach mal hier bei allen legt leichter der kollege ausfahrt nach mandorf 1136 wo geht es jetzt ok also tun wir das schon mal einstellen einmal so einmal so einmal so perfekt gleich 7 nach kirchweil bis wir hier oben sonst noch wünsche nö ok einmal so bitte und einer von ottersberg geil ja von ottersberg der fährt über die langsame nach kirchweil bei l bei l bei l so da und tschüss Der ist immer noch da hinten nicht fertig. Das wäre geil. Aber wenigstens ist gut was los. Und in Mahndorf, glaube ich, wird gerade der nächste kommen. Ja, das ist da eine Güterzug, der da steht. Rezent, ungeil. Aber hey, ich bin Nave Dale. Hier gibt es Chaos. Stichwort Chaos. Ich sollte vielleicht den Chat aufmachen. Dann machen wir kurz Verschwindibus. Und jetzt schaut es hier unten ziemlich geil aus. Ja, Mann. Okay. So kann man es auch fixen. Junge, fahre weiter. Oh, endlich. Ja, da. Mahndorf. Nächste Güterzug. Und BHA will was. Mal wieder. BHA will auf Gleis 7. Und dann nach Mahndorf. Gleis 7 ist gerade doof. Müssen wir kurz warten leider. 50, 76, 9. 50, 7, ja. Bremer. Ah, da fährt Bremer Neustadt. Oh, den muss ich andersrum schicken. Alles klar. Und Stichwort Bremer Neustadt. Der will auf Gleis 1 Süd. Oder mal 6, 9, 3, 8, 3. 6, 9, 3, 8, 3. Ja, Mahndorf. Wollte ich gerade nochmal kontrollieren. So, das heißt du fährst dann hier auch nochmal raus. Äh, ja. So, und der Kollege. du machst dann den hier. Ja, das mit dem Rangieren war 7 intelligent. Ah, endlich. so, Burg EZ über 44. Stellen wir das gerade schon mal ein. 5 Süd nach Mahndorf. Da fahren wir jetzt aber gerade zwei Gütezüge. Oh, der bleibt aber eins hier nochmal stehen. Ja, komm, wir machen das jetzt so. Sehr suboptimal. Und du kannst da mal wieder zu deinen Sachen hier hin rangieren. Und einmal da rein. 050769 nach Gema Neustadt. Was? LogFPZE Achso. So, ähm, Kollege, tu mal bitte wenden. Tü, 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 tü. Mensch, Katastrophe. Dauerhaft ändern. Dankeschön. Ottersberg über die 1 RBF BRF Ach, der fährt da runter. Okay. Erst einmal so, einmal so. Genau bis hierhin. Das passt. Ja, du fährst auch so. Dankeschön. 3 Süd nach Bremer Neustadt. Ach ja, Kirchweil kommt jetzt auch mit dem Güterzug. Du wirst UGZ. Alles klar. Das heißt, wir fahren hier geradeaus. Und fahren dann einmal Weiß. Hier ist gut was los mit Güterzügen. 1 Süd 1 Süd Was für eine Gruppe? Ach so, das ist die Gruppe da oben. Ja, viel Spaß. RB 24645 Gleis 7 Oh, was ist das für S331? Ach so, das ist der hier. Das ist der von BHA. Warte mal, Gleis 7. Mach das mal bitte. Bremer Neustadt 1 Süd. Bitteschön. Ah, ich und große Station. Ah, 9. Burg BZ. Bitteschön. Kirchweite. Hier war ich, der war noch Ottersberg, der zweite hier. 50255. Das heißt, den schicken wir dann da oben hin. Dann über die 4. Und noch ein Zug von Manndorf. Äh, 2 GZ 44. Okay. Nach Bremer Neustadt. 50769. Schauen wir uns den nochmal an. 5076. Oh, Nummern. 50769. Bremer Neustadt. Über, auch über 44. 44. 44. Immer Neustadt. Neustadt. Ich fühle mich da immer ein bisschen unwohl, wenn dann so viel los ist. Ah, schön. Ist jetzt gekoppelt. Willst du jetzt nach Manndorf fahren? Oh, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich kann es schon mal einstellen lassen. Kirchweite. Aber was ist denn da los? Die fahren ja alle hintereinander. Der will nach Burg GZ wieder fahren. Ja, okay. Dann einmal so. Und einmal so. Und hier auch wieder nach oben. Dankeschön. HWSB 3. 1. Hammer. 1. Süd. Der will hier in die Gruppe dann wieder reinfahren. Gebe ich dir auch schon mal. der auf Gleis 7 fährt ab um 7. PZ habe ich jetzt B1. Der fährt dann nach Manndorf. Okay. 11 Uhr. Das ist jetzt dann. Okay. 7 nach Manndorf. Übers Personengleis da. noch einer. Sag mal. Ich hätte hier zugeschissen mit Zügen. Der wird jetzt mal kurz warten. Ich will den da oben hier lösen werden. Ich kann auch mal was von mir. Wo willst du denn hin? Eine Personengleis HWSB 2 hat einen Halt. Gleis 5 dann. Okay. Bremer Neustart auf die 2. Kriegst du. 7 8 1 0 2 Wo willst du hin? 7 8 1 Debel nach Manndorf. Hä? 7 8 1 Hä? Ach ne. Moment mal. Der will Bremer Neustart über Gleis 44. So. Ottersberg der nächste. 1 L nach Kirchweih. So. Schnellfahrstrecke. Einmal da durch bitte. Danke. So. Wir fahren einmal da hin. Dankeschön. Habe ich einen vergessen irgendwo? Der 8 9 2 3 9 ist da hinten im Anmarsch. Ja doch der Stellenwerk hat was. Jetzt garantiert nicht was für Anfänger aber macht gut Laune. Gehen wir nochmal auf den 2 4 5 3 4 3 4 5 3 4 Personengleis und dann Gleis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 das wäre da. Bitteschön. Bitteschön. So. 8 9 2 3 9 8 9 das ist der hier Gleis 44 nach Burg GZ eigentlich. Äh. Wie machen wir denn das? 4 ist dann äh. Könnten wir aber Gleis 4 schicken. Temporär. Oder 6. Ne 6 ist doof. Gleis 2 fährt ab. Gleis 2 Süd. Will Arthur in diese eine Gruppe rein. Gut. Das machen wir. Bitteschön. Es ist ja blau am Anmarsch. Mal kontrollieren. 2 4 6 4 5 Manndorf. Bitteschön. 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 Aufhalten. Am Notbahnsteig RB1 und fahren über das Bütegleis Richtung Bremen Hauptbahnhof. Geil. So. Der Kollege. Da müsste man hier rein. Gleis 44 Habiv 44 Bremer Neustart. Dann kann der weiter nach 44 Der 892 Der wird die Burg gezettern Gut, wäre eingestellt Noch einen, den ich vergessen hätte Das ist der Einfahrende Das ist der Ausfahrende Sonst habe ich keinen Zug mehr hier So, der will hier noch Buttersberg Das bekommst du auch Und da hinten 539 Du kannst 1 runterfahren Ja geil, Ottersberg Auf die 1 Und Harbond Okay, der bleibt einfach mal überall stehen Auf die 1 und dann hier weiter Bitteschön Einmal 539 8 5 Geht auch nach Burg Gütergleis rüber Okay Okay Das ist die Kann ich gerade die gleiche Wiederholung hier machen Und dann hätte ich eigentlich Alles klar Wir haben da noch diesen 621 621 621 1 Hat er Y Nach Kirchweil Sag einmal Den habe ich jetzt falsch geschickt 621 Nach Kirchweil Ja Der Fährt jetzt ein bisschen suboptimal Jetzt habe ich nicht richtig geguckt Ja Kirchweil Nach Ottersberg Okay Das ist einfach Du fährst nach da oben Und wieder auf die 4 Dann haben wir Mahndorf mal wieder Nach Burg EZ Alles klar Kommst nach da oben Bremer Neustadt Auf 1 Süd Und fährt weiter nach Mahndorf Dieses Mal Ach der eine Zuck Der ärgert mich jetzt ein bisschen Aber gut Den schickt man einfach durch 11-11 Abfahrt Gut Habe ich auch noch ein bisschen Zeit hier unten Machen wir uns nochmal bereit Für 621 521 Hat er Maschner-Check hier bei Du fährst dann hier rein Und dann würde ich sagen Über Gleis 7 Einfach kurz durchheizen Oh shit Jetzt ist hier alles wieder rot 415 Wo bist denn du hin Gleis 3 Da kannst du die haben Da hinten ist schon der nächste 46252 Der will auch noch Ottersberg Okay passt Kannst ihm hinterher fahren Wer klingelt jetzt da Bremen-Randschirbahnhof 5205 5205 Ottersberg Über 2 Oh Ja Holy shit Hier geht's ab in den Bahnhof So Dann Wird ja schon mal Viel Spaß Holy shit Hört auf Mit dem Klingeln Hier Sonst nur irgendjemand Den ich jetzt übersehen Hab Ja Ja Mahndorf 246 Scheiße Wer ist das Von Burg Gzeit Komm Shit Ähm Das ist Der hier Gleis 7 Kann es stimmen S4 Halt vor SS Au Leicht Bremer-Neustart Nach Mahndorf SV1 Neustart Nach Mahndorf Das ist das Da unten Der will auf Die Z Nach Mahndorf Komm Fährst du mal so lang Das ist mal einer weniger Du bist auf Gleis 7 Kommt Alla Jetzt kommt auch Von da hinten Noch einer Ja geil Wird auf Gleis 1 Geht grad nicht So Verschwindet Jetzt hier gleich 5 Node Nach Burg PZ Jetzt wird's Stressig So So Fährst du Nach da oben Wo bist du Wer steht vor Rot 52 505 Achso Das ist der Da oben Äh Du fährst Nach Kirchweih Weiter 525 Okay Da kommt das 60 256 60 26 Da will noch Mahndorf Moment Da wird's Dann wird noch Burg GZ Über die 44 das wäre das Ottersberg über die 3 nach Kirchweil das machen wir anders das ist jetzt nicht über die 3 du fährst jetzt so rauf dann fährst der hier so Chaos, 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 Chaos so wer bist du dann bringen wir den Rangierbahnhof ach so ja ist immer noch der da oben 24644 so 246 hallo 24644 wo ist der wir wollen auch im Ahndorf über die 2 ne Moment der will noch BHA die 2 Personen gleich gleich 7 ok ok Chaos, Chaos, Chaos ok ah Leute ich glaube wir machen das so ich werde hier mal ein bisschen Chaos bereinigen im Stellberg ist äh gerade ein bisschen was los und wir sehen uns schon in der nächsten Episode wieder ich versuche jetzt hier mal kurz Schadensbegrenzung zu machen äh ich glaube das könnte mir interessant werden in einem Livestream das Ding hier drin da wird es echt nicht langweilig wenn es euch gefallen hat lasst uns da mal nach oben da und ich mach Chaos Beseitigung bis denn ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen unter natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr bis denn dann euer Braubucher bis zum nächsten Mal tschüss